Linde Wir haben hier eine Linde, die im Schlosspark zu Bümplitz steht. Diese Linde ist etwa 150-jährig. Linden können aber, wenn sie in einer guten Umgebung stehen, bis 600-jährig werden oder noch älter. Hier haben wir einen ganz speziellen Fall. Die Linde ist sehr vital. Trotzdem hat sie Schaden in der unteren Kronenhälfte, also bei der Rastvergabelung. Dort sitzt der holzzersetzende Bild. Dort schwächt sie die Vergabelung, die stabil sein und Stabilität der Krone, und das Holz zersetzt. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir sagen müssen, was machen wir mit diesem Baum weiter. Da gibt es nachher zwei Varianten. Abschätzen, ist er noch sicher oder nicht sicher. Wenn er nicht sicher ist, muss er gefällt werden. Das ist er jetzt eigentlich. Aber das ist ein Baum, der uns sehr wichtig ist. Also wollen wir diesen Baum möglichst erhalten. Und dann müssen wir uns dann überlegen, ob es noch Pflegemassnahmen gibt, die wir machen können, dass wir den Baum erhalten können. Und das können wir hier jetzt machen, in dem Sinne, dass wir sie ganz stark zurückschneiden. Das heisst, dass wir sie eigentlich viel stärker schneiden, als ein normaler Pflegeschnitt ist. Wir verringern das Kronenvolumen, sodass die Windangriffsfläche kleiner wird sein. Und das können wir nur machen, weil der Baum vital ist. Und darum machen wir es auch in dieser Jahreszeit. Dass er dann reagieren und neue Plattmassen machen kann.